. 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 Der Seehut! Gehst du weg von meinen Füßen? Der ist total gleich jetzt... Der hat bestimmt vorgeschweißen. Ich hab auf deinen Bonesang drauf. Das ist ja nicht geil als Kliegelturm. Ich meine, ich meine... Ich kann er mehr an! Was meint ihr vielleicht? Der Newcomit-Agenting! Ich kann er mehr an! Ich kann er mehr an! Lasst uns den Film jetzt fertig machen! Ich kann er! Wir sind heute Abend hier, um wahrscheinlich einen Film zu drehen bei Ihnen zu Hause. Wie stehen Sie dazu? Ja, äh, doch... Ja, äh... Ja, äh... Äh... Finde ich gut. Hallo! Hey Texen! Hammer! Was hast du da dabei? Futter! Was für Futter? FRACKER! Esst man den B? Ja! Meck den B? Hallo, Peter! Von... von... Brain-Suckers! Haben wir... Ah, jetzt kommen wir jetzt ran! Alter, schon der Action-Suck! Hallo! Guten Tags! Sie haben einen Schwedingsbekämpfer gerufen! Jawohl! Das bin dann ich! Das freut mich! Was haben Sie denn beim Problem? Ich glaube, ein Schädling! Könntest du vielleicht auch mal zu lachen? Ja! Ja, Mann! Servus für Marutz! Oh! Guten Tag für Marutz! Sie haben uns angerufen, weil Sie haben uns so... Du gehst mit der Lager rein! Nehmt schon wenigstens auf! Jetzt muss man eben draufhauen, dass ich mich noch auf das Gesicht... Das ist nicht so geil! Was soll's? Christian, haben wir einen ersten Sack! Das ist böse! Was sagst du denn? Zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben... Was war denn da? Ja! Was war denn da? Deine Hose! Wie war das? Kann man eigentlich denn öffnen? Mach mal die Hose auf, wenn es geht! Das gibt's doch nicht! Was ist das? Sag mal, verkauf sich sechs, dann dann... Du wirst dich aussehen! Oh, Mann! Das gibt's nicht! Was ist jetzt mit dir? Was ist jetzt immer noch so... Verschnutest! Können wir jetzt weitermachen? Oh, Mann! Der ist aus wie ein Geiselknäbel! Also kurz, jetzt bitte! Noch einmal! Was war denn der Text? Kann ich meine Tasche da nachstellen? Ja, bitte tun Sie das! Das ist ja speziell mäßig, so was ich aber... Ja, und wie sah das Ding aus? Unheimlich! Raus in die Pflasche! Das sind die Gastronomen entdeckt! Ich spüre eine fremde Präsenz bei ihm! Wer sind Sie? Ich bin Brole! Beautiful Girls! Okay! Ja! Kevin? Ja! Ja! Ich spüre, Sie haben ein Problem! Ja! Das ist doch... Das! Das ist halt da! Das ist halt hier! Ja! Ich spüre, Sie haben ein Problem! Ja! Ich bin ein Medium und dieses Problem ist da hinten in Ihrem Schlafzimmer! Ja! Wie fetischt die Alte? Sie haben ein Sockenproblem. Woher wissen Sie das? Sie ist böse. Ich spüre das. Wissen Sie, eine Socke kann doch glücklich sein. Die Füße gewaschen! Bitte! Ich auch. Action! Jetzt nochmal aller Funktion. Bitte, bitte, ernsthaft. Ich versuche mir das aufzupacken. Ich geh langsam im Kopf. Bitte ernsthaft sich, Leute. Ernst. Zwar war gut. Okay, ernst. Wieso hängen eigentlich jetzt die Klamotten, die ich angehabt? Ich bin scheiße. Okay. Mach die Tür auf. Und... Sie haben ein Sockenproblem. Woher wissen Sie das? Ich bin ein Medium. Socken sind nur dann glücklich, wenn sie ein Paar sind. Sie müssen sie vereinigen. Sie ist böse. Sie haben ein Sockenproblem. Wenn ich dem so dummes Gesicht zu lang sehe, dann kann ich nur noch alles so reden. Was war jetzt? Ich muss lachen, weil das so geil ist. Okay, nochmal. Ich bin ein Socken. 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 Das ist doch wirklich schlimm mit euch hier. Was macht ihr da eigentlich? Ich mag es aber ein wenig. Endlich haben sich die Socken vereinigt. Ich spüre, ich spüre, es wird alles gut werden. Es ist genug Blut geflossen. Es wird alles gut. Die dicken Menschen dürfen dick bleiben, die dünnen dünn. Es wird Friede und Freude geben. Luft wird wieder zum Atmen sein. Das ist die Socken. Da geht's. Das ist die Socken. Untertitelung des ZDF, 2020